Sondern ich bin der Heidel Wer ist es? Wer zeigt in der wahren Natur? Ich nicht, ich nicht, ich nicht, ich nicht, ich nicht, ich nicht Na natürlich ich nicht Ich bin Carlos Vielleicht war ich deshalb zu gut sichtbar, weil ich da Carlos war Den hab ich doch immer Alejandro 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 Ich wusste, dass das kommt durch Gott Alejandro Wir spielen über uns wieder Blut und Gold Sehr gut Nicht verstecken, ja Ich hatte was anderes aufgesucht Ne, wenn du eine Karte aussuchst, dann wird automatisch Blut und Gold wieder aktiviert, weil es auf dem selben Tab ist Das ist ja böse, na gut Macht nix Na gut, dann halt nochmal Blut und Gold Dann bist du das nächste Mal wieder Team Leader Ja, und Tobi, okay, wir Martin, wir beide Jo Das wird wieder eine ganz knappe Kiste Das wird blutig Tobi sieht gut aus Was? Weißt du? Und jetzt hast du hier den Turbo rein, dass die, weißt du? Ja, ja Ah, jetzt mal die Wundeln Wundeln, Wundeln Es klote sich hier weg Shoot Ah, weg ist Was? Das nicht Das nicht Aber ich mach mal ein Klon Du Klon Das nicht Du Klon So Ich mach mal ein Klon Du Klon Ach ja Ja Ich mein zwei Milliliter eine Hells hier weißt du Hm 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 Ja, ich hab keine Munition Ich muss irgendwie hier raus Ja, hier ist keine Munition denn, ne? Das ist echt kaputt Ja, ich bin zu nahmisch noch einmal Nicht mal viel Oh, Jungen So Ich hätte auch keine Muskeln hier Ich muss jetzt auch erstmal was fressen Hier ist Muni In dem Karton Oh, ich brauch selber Muni Höhö Jo Ah, hier ist Muni Alles klar Sehr gut Ihr braucht Ihr dürft gar keine Munition aufsammeln Denkt an die Genfer Konvention Wieso? Ihr wechselt doch auch Euro 150 Zehner Genau Alter Hallo, du hast mich in die Wand gedrückt Tobi Lass mich noch los Aua, Aua Was? Lass mich loslassen Jetzt aber Ich hab's schon losgelassen Danke Ich hab's noch nie Das war gemein, war Oh Oh Nein Ich hab' gegessen So Geld hab' ich Aber nicht der Redewer Hast du Geld? Nicht wir Wir sind hier Ja Wo, 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 wo Ich seh'n mich, ich seh'n mich Wo ist er, ist wieder rausgeschwommen Wer ist er wieder raus Rausgeschwommen Der ist wieder raus, brauchst dir keine Sorgen machen Ah, da hab' ich gesehen Nein, das muss sein Dann holo 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 Ach, mein Gott Ach, mein Gott Ach, mein Gott So Oh, ich kann was kaufen. Du kannst dir was kaufen? Was schießt du denn da? Frischdachs. Ich bin kein Dachs. Oh, ich muss erstmal ein paar Robben gehen. Das ist doch teuer. Frischheit. Das klingt auf. Danke. Noch ne Kron. Ah. Ah. Hallerisch. So. Ah. Ach, Mr. Vosler. Oh, hier. Wie, ich hab's gut geflogen. Ich hab's gut geflogen. Ich hab's gut geflogen. Vor meinen Nasen vor allem. Du arme Nasen. Sag mal, wie viele Nasen hast du? Meere. Ah, da kann man gar nicht durch. Ne, man kann nicht durch meine Nasen selbst. Tobi, der ist echt gut durch. Den Trick muss mir mal zeigen. Also auch ein schön geil aussehenden Hammerhai. Na, hä, 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 hä. Was war das eben? Ja. Da war einer. Ich weiß. Ich muss doch mal den Mundi holen. Was willst du? Ja, mein Messer ist in die Nase rammelt. Die Popel entfernt. Lass doch mal den Ding da los, Mann. Ach, Gott. Mein Kaut. Oh, verdammt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Auf die letzte Zicke noch, ey. Auf die letzte Zicke. Oh, jetzt fährt er ja schon wieder los hier, der Steve. Boah, boah, Steve, ey. Steve, Mensch. Ah, ich bin da wieder los. Genau. Da war's. Das fühlte mich als Jagger. Hadell, Gorboldheim. Hadell. Das kann doch wohl nicht wahr sein! Die haben doch hier schon wieder irgendwas aufgebaut, ey! Kann sein! Aber nur irgendwas! So, jetzt bin ich aufgeladen! Er war grad hier... und jetzt ist er... Oh, ich hab ihn ja! Hast du ihn? Ja! Der hat geschmeckt? Ja! Du hast übrigens einen Sperr durch die Nase! Das weiß ich! Das ist gut! Steht aber gut! Das ist mein Piercing! Dein Intim Piercing, ne? Du darfst gar nicht schießen auf euch! Doch, auf Tobi immer! Warum? Jagd-Saison ist eröffnet! Nein! Oh! Warum auf mich? Und nur wo! Jagd- Jagd-Saison ist eröffnet! Das kann ich auf mich schießen! Wird dich fressen! Essen! Oh! Oh! Eieieiei! Habt ihr mich gemisst? Ja! Nur ein bisschen! Da! Da! Kommt er eigentlich mit? Ja! Kommt er mit! Ja! Ja! Kommt er mit! Ja! Kommt er mit! Jetzt ist dieser Weihnachtsstück! Was? 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 So! Okay! Das ist bloß und Schluss! Ah! Ein Zepter! Ich hab'n Zepter! Brutzel, Brutzel, Brutzel! Finster, 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 Finster! Was bist du jetzt? König? Ja! Von? Nichts! Von deinem Leben bald! Willst du weiter machen? Dann wirst du in ethischer Knechtschaft bei mir leiden! Oder lernen! Was? 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 Gut! König! Nein! Ich will hier raus! Gibt's keinen raus! Ja! Amt der Piss! Ja! 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 Ich hab' ja auch noch auf dich geschossen! Oh! 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 aber nicht stark naja es wird knapp knapp mal wieder aber ich denke wir werden es schaffen ich bin hoch ich hab noch gar nicht vorsichtig muss man wieder ein paar robbys essen das ist schuld, äh die Schild ich fand immer wieder auf das Schild, äh auf das Schild, Quatsch auf das Schloss rein oh, ist der Schlitten nicht mehr Weihnachten doch nicht mehr? nee, nicht mehr gar nicht mehr du siehst sehr saftig aus Martin ja, das befürchte ich auch du hast kein Auto mehr ja, ja, heftig, oder? oh, ich hab grad einen Heisschatten gesehen oh 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 gefuttert was gefuttert worden gefuttert worden gefuttert worden hast du gemerkt? Tobi? ja, ich wird gefuttert hm oh oh das hat alles seine Vorteile aber aber rache rache ist nicht gut doch ja das hat alles sein so ich glaube wir werden gewinnen ja, kann sein 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 boah, kann ich mehr, ey da fliegt es es ist kalb und klein ich bin überausichert ich bin überausichert und ein paar doofe Robben essen jetzt die sind ja sonst viel schneller, die Robben, ey die ist die, warte ich wollte dich noch ein bisschen schweißen was, ob den letzten Drücker noch fressen? Ich glaube wohl sehr gut der war gut schön schön sehr gut willkommen zurück zurück zu mit dem toten Quincy dem noch töteren Tobinator äh, Quas, Tobi Quas, Tobi weh, ja weh, ja weh, ja und dem allerliebsten Psycho-Dead mit dem ich komischweise immer gewinne ja, hallo ja, hallo ja, hallo wie kann ich das auf Tobinator, Mann das weiß keiner ich hab keine Ahnung oh man wie unangenehm sorry Tobi das war dein Hai Dein Hai Ich sag schon, da kackt und ich wollte sagen, da kackt da kackt da kackt ne, da kackt da kackt ne, da kackt wohl einer eines ganz berühmten YouTuber ein bisschen viel an nein gar nicht ne, eigentlich gar nicht ne, okay das ist komisch ja, das ist komisch ja, hallo aber nicht mangels Interesse, sondern mangels Zeit naja h so was wir jetzt machen jetzt müssen wir alle jagen verstecken wir irgendwie kommt mir die map wieder bekannt vor nein hier waren wir noch nicht das ganze hier waren wir noch nie gewesen wenn er jetzt so ein es ist schon wieder die selbe ich fasse das ist das klasse ich höre einen wir sind keine haie das ist das gute ja von wegen ist kein haie wer lacht wer lacht ist ein haie weil ich den mit den schnellsten reflexen gerade aufgekissen habe ist ein zwei haie was was das so seitdem die zwei restlichen das möchten wir selber mal gerne wissen wo sind die reste hier reste essen heute gibt es eigentlich das restaurante rudis restaurant bin ich auch irgendwo hätte ich was mit woher als diese diese durchgänge bitte ist nicht mal etwas breiter machen man hat es hier als als fetter weißer hat man hier kaum platz mir auch schon froh dass ich ein bullener hier haben bevor er sich als bullenheit zurückgekommen bin ein zeitung hallo diskriminiert und hat ein spezies nein eigentlich nicht eigentlich die die erbauer dieses schiffswracks also ich gehe jetzt an land das mit zu doof hier dass ich ja schon mal versteckt auch nie das war tobi der ist da versteckt hat tobi versteckt sich immer da an wir die wir verstecken uns auch nicht ihr könnt auch mein gold und das mit vollen hinten ist wenn sie ist bei den containern nein das stimmt gar nicht konnte ich war noch nie bei den containern muss der container da oben da und er hat gestochen ja ja da und da hat nämlich so ein schatz geblinkt und auf einmal war weg ich habe ich habe ich habe gesehen ich habe noch verdammt schade ich habe gedacht ich kriege ihn auch noch er zeigt uns auch bei den container gerade gewesen er hat gehabt der wieso dieses bohlen hier oben zum eisloch man sieht ob ich aufs schiff auf springen kann ich weiß ich habe es aber jetzt zeit gut der zeige ich helfe dir war ich rette dich auf deiner seite zeige ich bin auf deiner seite in phallus richtung mann ich habe ich habe er ist unter dem buch unter dem schiff buch alles klar danke unter dem rumpf verzeihung ich bin auf deiner speisekarte ich bin auf deiner seite und ich sehe die hier und ich bin nicht vom zeichnen zeichnen hey martin martin ja ich bin schon ganz vorhanden ist er gar nicht der kann ich nicht helfen durchgeplant weil ich habe radar ich habe mir so ein ding gekauft ich habe mich noch und wo bist du denn so nennt man uns nicht so bei den dämonen zeit gut der zeit gut wo ist er hier so nicht der ist auch hier rein der martin so kann ich dir nicht helfen ich habe meine vögel glauben die jetzt die protestieren gegen deine vögel protestanten protestantische vögel da muss man gucken wo ich mich verstecken würde karo holt 2 darum will ich bloß helfen nimm meine hilfe an junge junge warum hast du nichts gelernt ich werde das mal aus der der versteckt sich jetzt versteckt was ja über die luse perspektive betracht der 3 gegen 1 ich muss sich verstecken aber wo siehst du meinen namen schon wahrscheinlich hört hat er schon ganze zeit herz doch weil sie es wollen weil er sich so vermisst wer ist jetzt ja ja der junge sacke ist ich will nicht zu mehr oben oder mehr unten sag mal bist du mehr mit ich bin in der nähe des fracks aha das dachte ich mir ja weil das am sichersten wer hat gleich gewonnen hat dann gleich gewonnen dabei wollte ich nur helfen sehr gut gut sehr gut oh quincy du hast eine schatztruhe geworden ja werde ich jetzt gleich öffnet da wird das sehr gut so nah drin sein da will ich dich finden sag mal Vielen Dank.